Guten Tag. Schön, Sie hier zu sehen. Schön, Sie hier zu sehen. Wir hatten schon. Auf Wiedersehen. So, meine Freunde, es geht wieder weiter. Wir hatten ein paar Tage in Berlin. Ein bisschen zum Runterkommen. Wir gehen jetzt aufs Ganze. Jetzt sind die letzten paar Städte dran, beziehungsweise wir fahren jetzt nach Hannover. Danach geht's nach Frankfurt, dann geht's nach Saarbrücken, dann geht's nach Köln. Dann sind wir noch mal eine Woche, zwei Wochen hier und dann kommen die beiden Zusatzkonzerte. Let's go! Hey, Ole! Na, sagst du schon? Ich trinke. Genüsslich. Ich mach das eigentlich nur, dass ich gut schlafen kann. Du trinkst, um das Zittern zu besänftigen und das andere, weil es da Spaß macht. Ja, wegen Zittern. Aber eigentlich hab ich auch Parkinson. Das verwechseln die Leute immer. Die Leute denken immer, ich bin Alkoholiker, aber eigentlich hab ich Parkinson. Ich hab auch richtig Bierdurst. Kennst du das Bierdurst? Ja. Ich hab eine Sony A74. Welche hast du? Ich hab die 43er von 36. Von M-Craft. Ich hab hier updated auf G-Craft. Du hast G-Craft. Und der kam letztens mit einer 36er-Blende auf den 35er-Weißabgleich. Du! Den 35er-Weißabgleich? Will der mir erzählen? Mit den 67er hat ich bei 43 ein Halb geblendet. Aber auf 36 in die Tiefe bin ich reingegangen mit dem Zoom. Da hat er mir ausgelacht. Der hat keine Ahnung. Du kannst seinen Job besser als er selbst. Ja. Und du bezahlst ihn dafür. Ich benutze eine 51er-Blende nächstes Mal. Wie findest du das gesagt? Du musst 51er-Blende mit einem 43er-Weißabgleich bei einem 36er-Zoom benutzen. Und wenn du das nicht machst, hast du keine Ahnung von der Technik, wie du benutzt. Danke. Ja. Soll die helfen für dich? Ich hab Jürgen-Magnas. Wie viele Lugias hast du hier fallen? Ich hab jetzt acht Lugias. Alles scheiße. Duble Rune. Also als erstes... Allerung groß ist die mir, ja? Dicker, das ist gesunde, das ist wie viel. Man nennt mich auch Mr. Fettifuchs. Dicker, das riecht so scheiße, aber das schmeckt halt einfach. Das riecht nach Katzenfutter. Ja, das riecht voll nach Katzenfutter, Alter. Nee, aber eigentlich ist schon geil. Hm? Geil. Wohin ist so gesund. Also, ein paar hab ich ja noch. Geil. Also, das ist so der Abend, die rettet für heute. Ich spiel'n Pokémon, wir fressen hier... Ja, und sonst so. Ähm... Ruhig, bitte. Guten Morgen. Wir haben's. 11.17 Uhr. Alle sind wach. Du müsstest dir vorstellen, wenn wir heute nach Hannover fahren. Von Berlin nach Hannover. Ist ja keine lange Strecke. Der Busfahrer ist gefühlt, ist keine Lüge, die halbe Strecke rückwärts gefahren. Und wisst du, was am rückwärts fahrende Problem ist? Dass irgendwo hier in diesem Raum piept es. Wie bei so einem Lkw. Piep, 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 piep. Wenn so ein Lkw rückwärts fährt und das hat der Bus auch und das muss hier irgendwo sein. Es hat hier gepiept. Ich bin raus gegangen zu pissen, da hat's nirgendwo gepiept. Hier in diesem Raum hat's irgendwo rückwärts piep. Wie so ein Wecker. Die ganze Zeit. Alle erwarten natürlich schon halb fünfe, fünfe, entstanden war, bis ich dann geschlafen habe, war es irgendwie um sechs. Na klar, steckt er nicht um neun auf, bis drei Stunden gepennt habt. Deswegen bleibe ich jetzt weiter im Bettchen. Wir sehen uns gleich. Tschüssi. Richard. Was ist los? Richard. Wie viel hast du ihn genommen? Richard, wie viel hast du ihn genommen? Hast du die Munte hier, oder? Die Munte! Die Munte! Die Munte! Das war zu viel. Richard! Du solltest nicht so viel nehmen. Richard, Richard. Mann ey, hol doch mal einen Arzt. Hey, hey, hey. Der will aufs Fenster springen. Boah, da helf mir doch mal. Mann, ich kann nicht. Richard! 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 Nicht ins Licht! Okay. Hallo, dude. Das wäre auch mal schön, wenn es vielleicht nicht immer irgendwas ist, wo ich irgendwie komplett blank machen muss, oder sonst irgendwas, Alter. Wir müssen doch mal andere Sachen. Jetzt hier mal Go-Kart fahren und jetzt werde ich den Leuten erst mal zeigen, wie man ordentlich fährt. Was machen wir jetzt? Na ja, wir gehen fahren. Wir gehen fahren. Wir gehen fahren. Wir fahren. Wir fahren jeden, oder? Wir fahren jetzt, da wo wir jetzt hinfahren, und da fahren wir. Also gehen wir ja auch nicht. Ne. Das geht? Richard, willst du eine Wette? Wenn du uns heute alle schlägst, dann schenke ich dir den Gutschein. Wenn irgendeiner von uns schneller ist, kriege ich den Gutschein von dir zurück. Ich stecke den mal ein, solange du überlegst. Leute, ich fahre Lupo, GTI, das ist wie Go-Kart fahren. Digga, ich hoffe, du machst heute Unfall. Wer erinnert sich noch an den Vlog, als Dasmo damals Go-Kart gefahren ist? Ich kann mich in die Szene nicht mehr so gut erinnern, deshalb würde ich die gerne noch mal nachstellen. Wir schneiden deine Bremsen durch. Du musst ohne Bremsen fahren. Ja, alles klar. Richard! Der muss sich heute verletzen. Das sollten wir hinbekommen. Vorhin auf der Fahrt hat er richtig große Fresse gehabt und hat gesagt, wenn ich die Humpels sehe von dem Go-Kart, die können doch alle nicht für Auto fahren. Ich fahre Lupo, ich bin viel schneller. Und er meinte, dass er euch heute alle schlägt. Leute, ich fahre Lupo, GTI, das ist wie Go-Kart fahren. Ich fahre. Ich fahre. Ich fahre. Ich fahre. Ich fahre. Kostleitzahl. 1, 2, 3, 4, 5. Hauptstraße 1. E-mail. Reulab-Live-House. at schnellkommen.de. Handy 0162123456. Driver License. Hier, Ole. Ditte war das schon seit zwölf Jahren, wachst du? Ey, ich schieße hier gleich irgendwo irgendeine Bande. Alter, was ist denn Ditte? So, Alter. Dicker schön, wir sind hier in Berlin, Alter. Bei uns ist es anders, Alter. Wir reden nicht. Wir fackeln nicht lange, Alter. Deine Fresse. Ey, es ist mir zu heiß, Digga. Es ist einfach zu heiß, weil ich merke jetzt schon, dass die Schulter ziehen und ich weiß ganz genau, wenn die nachher fahren, knallen die mir irgendwo raus. Das ist mir kein Bock drum. Digga, ich will mich immer messen, das ist ein Problem, aber entweder gegen 100% oder gar nicht. Willst du nicht mehr fahren? Ah, kein Bock mehr. Ich muss bloß einmal auf die Seite fallen, umkippen, auf die Schulter fallen, Schulter auskugeln, dann ist nicht nur die Tour vorbei, dann kriegen Künstler jetzt Schultergelenk alle. So, wie ist dein Name? Maurice. Maurice, ich bin gerade mitgefahren und muss merken, ist nicht meins, bin schon mal erfahren, aber das Risiko ist mir zu hoch, mich zu verletzen, habe viel zu viel Schiss, gehe kein Risiko ein. Will aber auch nicht, dass einer von meinen Jungs gewinnt, weil den gönn ich es nicht, weil dann kommen die ganzen Tage, ich bin der beste Go-Kart-Fahrer. Du bist nicht schlecht, sagst du? Ja, ich schaffe die Top-Side, schaffe ich safe. Die Top-Side schaffst du safe. Fährst du für mich mit? Über deinen Namen am besten. Über meinen Namen, Finsch, das Finsch trotzdem. Ja, machen wir es mit. Und fährst du nicht mit? Fährst du nicht dumm, mein Arsch ist leider zu fett für die Sitzschalen. Geht leider nicht. Nee, du bist nicht zu fett, die Sitzschalen sind zu eng. Fährst du mal alles jetzt, Richard, ne? All right. Abfahrt. Ladies and Gentlemen. Immer schön sehr fein, Jungs. Das ist alles, was ich weiß. Ole, Ole, Kart-Fahrt. Ole. Na, Jungs, war auch für euch so anscheinend. Jankowski auf Platz 5 mit einer Bestzeit von 14,124 Sekunden. Platz 4 geht an Fulbissen Jackett mit einer Bestzeit von 38,5 Sekunden. Platz 3, Dach einmal hoch aufs Tröppchen. Gary Speed mit einer Bestzeit von 39,8 Sekunden. So, Platz 2. Justin mit einer Bestzeit von 38,5 Sekunden. Juhu. Leute, aber echt hier nicht standen. Ja, und Platz 1, wie soll ich anders sein? Juhu. 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 Platz 1. Juhu. 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 So, meine Freunde, wir sind jetzt in Hannover und gehen jetzt erstmal leckeres Essen. Gute Empfehlung von Nico Gieselmann, Grüße gehen raus nach Köpenick. Ja, wir wurden hier eingeladen und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Let's go! Ich find's geil, wenn du nach dem Essen unser gesamtes Geschirr sauber machst. Danke! Na, gerne doch. Und schmeckt? Ah, Honig kriegt man immer so schwer weg von der Täter. Guck mal, das haben wir ja nicht benutzt, aber... Dafür natürlich dann auch Teller, dass wir die noch mal extra auf die Teller legen können, die Pommes. Der Kollege wäschtet nachher alles ab, das ist ja der Typ. Also das alles mal bitte extra stellen, damit der das auch nachher abwaschen kann. Auch für Richard. Danke, Ole. Gerne. Und auch schön lange stehen lassen, dass das schön schön eintrocknet. Am besten noch mal in den Ofen reinhauen. Richard wird sich zum Dienst melden, er ist ein bisschen zu spät. Das tut ihm auch leid, oder? Muss mal starten jetzt, oder? Ja, tut mir sehr leid, ja. Wir brauchen jetzt die ganzen Sachen für die Gäste. Ja, ich mach doch schon! Also, ich beeil mich hier. Du, ich schwitze schon langsam. Ja, ich mach's los. Muss noch schneller gehen. Erster Gang ist fertig. Du musst jetzt hier ein bisschen schneller gehen, Jungs. So, Achtung, wie wird hier arbeitet. Alles klar. Ja, reicht doch. Oder? Das reicht. Aha! Schauen wir mal. Na, wenn du das den ganzen Tag machst, dann bist du auf jeden Fall OPA.de. Mach Feierabend, ja? Wieder einer weniger. Gott sei Dank. Gott sei Dank. So! Denn ich muss aber auch noch mal ein kleiner dazukommen. Wie groß bist du? Wie groß bist du, Reuler? Irgendwann 80. Komm, oder? Ich bin nicht ein kleiner. Du bist? 1,78 m. 1,98 m. Und Yannick? 2,25 m. Komm nicht mal die Schulter ran. 2,25 m. So, Urlaub hat dem einen oder anderen gut getan. Mir nicht so. Und ansonsten, lasst uns Spaß haben und jetzt nochmal richtig abreißen. 2,25 m. 3,25 m. 2,25 m. 2,25 m. 2,25 m. 3,25 m. 3,25 m. ist ne Epoche. Kein Vertrauen in die Medien. Ja, sie lügen wie gedruckt. Weil kaum hat man ne Muschi, wird man überall gepusht. Ihr seid nen Inzucht fein, vor allem ist Kunst und Hain. Ich bin in Brutzreiß, so wie Kimbo Slice. Voll Asenherz, keine Spaß, mächtig ernst nehmen, weil die größten Eizwander auf dem Stimmbruch seid. Nein, ich wollte nie sein wie ihr. Nein, euer Spiel niemals spielen. Denn Pinch bleibt asozial, auch ohne asozial im Namen. Pinch, du musst eigentlich die Brille abnehmen. Wir haben letztes Mal Puls in Rostock gemacht. Es ist Deutschland. Es ist Deutschland. Geld spielt keine Rolle. Das schafft ihr nicht. Warte, 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 warte. Lamm-Curry. Ich merk richtig, wie der Husten jetzt durchkommt, weil der kickt richtig schön dicker Schinz. Will einer hier mit mir chatten, oder was? Film dich jetzt Ole. Kannst du mir bitte Tiktok kurz erklären? Ich bin das erste Mal bei Tiktok online. Was ist der Sinn von diesem Live-Gehen? Vielleicht ein bisschen soziale Netze knüpfen. Hallo, wer bist du denn? Hallo. Warum bewegt sich dein Gesicht nicht? Ey, ey, mach dich mal. Ey, wie kann man dich rausschmeißen? Wie geht denn das? Jetzt bin ich dir gefolgt. Ich will dir nicht folgen. Wir können uns kennenlernen. Nein, möchte ich auch nicht. Crazy Biene. Hier ist auch Crazy Biene online. Da ist Cristiano Ronaldo. Hier ist Cristiano Ronaldo. Guck es. Den lade ich ein. Ey, ich sehe hier. Ey. Das geht mir alles viel zu schnell, Alter. Ey, ohne Mist. Oh mein Gott, hallo. Ja. Hallo. Hi, na Mädels? Ja. Habt ihr mir eine Anfrage geschickt? Ja. Ich hoffe, du fährst gerade Auto und filmst dich dabei. Ne, ich fahr nicht, ich fahr nicht. Ne, wäre aber cool, wenn du tun würdest. Wo fahrt ihr denn hin? Ist das dein Papa neben dir? Das ist super anders. Okay, ist deine Freundin. Ich dachte, das ist der Papa. Hör auf. Die hat mir schon wieder. Du hast mir Cowboy-Hute geschickt. Ja, weiß ich nicht. Dankeschön. So, gut, Chat. Ich bin offline. Danke. Hat Spaß gemacht. Ciao. Danke fürs Geld. Habt ihr so ein Band hier noch? Ja. Klebt doch mal bitte ab hier. Das Band nochmal so hier lang, dass ich das sehe. Anstatt weiß. Und dann reicht das. Ich gehe da eh nicht hin. Also wenn hingegen hier. Hallo. Hallo. Ich kann gerade nichts hören. Ich habe die Ohren verstopft. Hä? Hä? Was? Was ist? Gut, ich gehe weiter, ja. Gibt es Mittag? Ne. Gibt es Mittag? Ne? Doch. Wir haben aber schon mal zu essen. Ja, ja. Danke. Gut. Und dir? Gut. Super. Super. Perfekt. Geil. Ne weiß. Das ist die Original. Weiß. Oder habt ihr die lackiert? Wir haben die gar nicht lackiert. Also wir haben sie so gekauft. Die soll dem Original entsprechen. Mhm. Na, ich weiß gar nicht. Es gab ja verschiedene Farben so und so. Weiß, glaube ich, war wirklich so am Start. Ja, das war Biberbraun. Kann sein. Kann sein. Ist das Original. Ja. Jetzt gibt es Saharabraun noch. Saharabraun finde ich auch richtig schön geil. Ja. Ist die Dreigang, wa? Weil der Auspuff ist links. Nein, ich bin jetzt auch kein Lack-Expert, aber das sieht eigentlich relativ gut aus. Sieht schon viel zu gut aus. Die wurde nachlackiert. Die Bremse ist ja auch lackiert. Die Bremse wurde ja nie lackiert. Die Bremse ist 1967. Meiner ist wirklich von... Irgendwas... Ende 80. Ende 80. Zulässiges Gesamtmasse. Ein Kilogramm. Ey, Broiler kann nicht mitfahren. Ey, einmal bitte eine Nase nehmen. Nimm mal eine Nase. Ist so geil. Hangover. Ja. Oh, geil, Alter. Das ist geil, wa? Mhm. Hohmanni, Hohmanni. Boah, beim ersten Mal. Perdeck. Wie ein Schlüschen. Guck mal, guck mal. Hat drübige Wapenzündung drin. Ja, ja. Geil, ja. Boah, ist das schön. Das ist Osten, Alter. Wirklich. Geil. Geil, Alter. Ging richtig gut. Ja, das ist aber ein Rauchmelder. Ja. Ja, das ist aber ein Rauchmelder. Ja. Und in das Ost qualmen, da passiert nichts. Geil, Alter. Ein kleiner Sachse-Schwanz. Ein kleiner Sachse-Schwanz. Nicht schlecht. Voll noch reingepisst. Ja, Frankfurt. Schöne Stadt. Schöne Location. Ich glaube, die Location ist wirklich gut. Der Sound wird heute, glaube ich, sehr gut. Die Leute haben Bock. Stehen schon ein paar draußen. Hannover war gestern auch geil. Ich fand es sehr gut. Von allen eigentlich ist die Arbeit gut. Also, lasst heute noch mal Gas heben. Morgen Saarbrücken. Hier, wo die da herkommen. Dann haben wir noch, also jetzt noch drei Städte. Und dann haben wir ja quasi alles schon geschafft. Also, ich denke mal, wird... Was soll ich sagen? Ey, ihr seid alle perfekt. Ihr macht eine gute Arbeit. Ohhhhhhhh. Ich hab ein Tektu mit deinem Namen. Und wir kennen uns erst, sind jetzt mal eins. Ich hab ein Tektu, das tut weh. Weil dein Name da drauf steht. Ich hab ein Tektu, das muss weg. Kein Plan, womit ich überstehe. Rote Rosen sichern nicht. Die erinnern mich an dich. Aber Tektu mit deinem Namen. Wir kennen uns erst, sind jetzt am Abend. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.